ich habe post bekommen und bei der gelegenheit also danke an dennis für diese post bei der gelegenheit denke ich mal kann man gleich ein edc check machen also das oder ein ganz kleines was mit dem clip versehen ist kann man also hier oben auch einhängen außen oder innen oder in der tasche oder eben verschwinden lassen dann edc check mäßig hier ist mein victorinox swiss champion gesichert an einer schnur horizontal selbst genähte lederscheide dann hier das nicht so genau ortbare handy mit etwa zwei wochen akkulaufzeit und wenn man auch akku unabhängig sein will für eine grobe navigation und zeit mein jungkanz taschen uhr ebenfalls in einer kleinen selbst genähten tasche jetzt gucke ich mir das mal hier an vielen dank dennis wunderschön also macht's gut leute und wenn ihr wollt einfach mal ein kurzes edc check es mag der dennis immer ganz gern und ciao